Die Nationalmannschaft gegen eine Weltauswahl der DKB-Handball-Bundesliga. Das All-Star-Game 2017. Kurz nach der Weltmeisterschaft brauchen die Bad Boys neue Gegner. Und ihr könnt entscheiden, wer im All-Star-Team aufläuft. Welche Mannschaft steht am 3. Februar in Leipzig auf der Platte und nimmt es mit dem DHB-Team auf? Bad Boys! 42 Spieler und 6 Trainer sind nominiert. Und jetzt entscheidet ihr. Stimmt ab und wählt euer All-Star-Team 2017. www.dkb-handball-bundesliga.de